Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti beim Bande. Wir sind heute beim 43. Tag unser 100-Tage-Challenge und der 28. Szene und ja, zurzeit komme ich wirklich kaum zum Spielen außer halt meine Tages-Challenges. Ich muss auch sagen, ich spiele auch zurzeit ein bisschen was anderes noch, aber das nehme ich gerade nicht auf. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, aber ich brauche ein bisschen was für mich. Gut, wir spielen gegen Zerg. Ich kann dir sagen, weil ich auch schon garats, goaz, do, goaz, do. Genau, für Schimilberge und wir spielen, hm, was spielen wir? Ich habe echt Probleme gegen diese Lurker. Ich finde die Lurker einfach viel zu hart. Ich glaube, ich werde wieder Flieger spielen. Das ist einfach sinnvoll. Ich... Dann habe ich mich unten dicht. Wie immer. Standard. Ich nehme einen Gas und dann werden wir die Echse nehmen. Zerka hat noch keine Exe, also Pool first, nein, kein Pool, doch, Pool ist schon fertig. Dann machen wir zuerst Gates. Da will wohl jemand mein Zeug holen. Da kommt die Linge. Und wir stehen in den Quellen hin. Das ist ein Blödsinn. 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 So, ne dritte hat er noch nicht, Roaches, ist klar, viele Roaches, nicht mehr Gas, unbedingt mehr. So begegnen wir unserem Schicksal. Macht auf jeden Fall ein Two-Base-All-In, so wie es aussieht. Die Sterne stehen gut. Unsere Schicksale sind vereint. Ihr benötigt mehr Respingas. Ich bin... Ihr benötigt mehr Respingas. Viel mehr Unsterbliche. Viel mehr Gas. Viel mehr Gas. Viel mehr Gas. Ich hab' hier jetzt echt so viele Sunden, die einfach nichts machen. Ich hab' nicht gelüben Mineralien. Ich hab' nicht gelüben Mineralien. Ich bin hier in die Schatten. Ich hab' nicht gelüben Mineralien. Ich bin hier in die Schatten. Okay, er hat noch nicht so viel, aber wir brauchen noch eine dritte. Äh, eine vierte. Äh, eine dritte. Eine vierte aber auch, ja. Ich hab' hier in die Schatten. Hier müssen zusätzliche Pylonen bauen. Das ist jetzt nicht viel. Hier müssen zusätzliche Pylonen bauen. Hier müssen zusätzliche Pylonen bauen. Teleportation erfolgt. Teleportation erfolgt. So. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, dass ich ja nicht... Mineralien fällt, erschöpft. Die Engkamen gebaut. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich sehne mich nach dem Kampf. Nicht gelügend Elben. Ihr benötigt mehr Wespinggas. Ich bin hier. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Nicht gelügend Elben. Ihr benötigt mehr Wespinggas. Ach, zu wenig Gas. Erneut diene ich. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Nicht Basis wird angegriffen. Hier haben wir die Flach entfangen. Und wir haben den Flach entfangen. Hier haben wir die Flachstelle ausgeteilt. Das ist hoffentlich die Flachstelle ab. Der Flachstelle was im Meisterhaus eingemmt. Und das hat die Flachstelle nicht nur Nachwuchs aufhören. Aber der Flachstelle ist geordnet. Mein Leben für Ajur. Ein Arudinracher. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Mein Leben für Ajur. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.